Das geht ja eigentlich, weil ich weiß es nicht mehr, ist ja wurscht. Heiko ist ja wurscht. Du bist ja auf den Aufnahmen, kannst du es ja glaube ich auch nachgucken. Es ist ja alles so wurscht. Bei mir könnte ich jetzt nachschauen, ob ein guter Ton drauf ist. Genauso ist es. Aber es ist ja eh wurscht. Du brauchst ja eigentlich bloß das Bild und zum Anhaltspunkt, dass ein Ton mit ist und dann haben wir ja ein Mikrofon genauso. Ja. Ne? Und ob da nachher irgendwas fehlt oder das entscheidet jemand anders? Es steht schon längst im Buch, wir spielen nur noch. Hey Bingo, du lernst ja. Das Aufregen nützt überhaupt nichts. Du machst einfach deine Rolle und schaust, was passiert und ich kann nicht oft genug sagen, es geht nicht um die Sachen, das sind eh vergängliche Erscheinungen, sondern du lässt den Film laufen und was wichtig ist, du musst in einen Zustand kommen, dass du permanent das Heiko beobachtest, wie er auf die Situationen reagiert. Wenn plötzlich hier auf der Kamera der Chip nichts mehr drauf ist und so. Das muss dir bewusst werden. Der Sinn des Lebens ist, dass du das Reaktionssystem vom Heiko durchschaust, ohne das verändern zu wollen. Ich habe, jetzt weil das gerade aktuell ist, ich habe letzte Nacht geträumt mit Udo und das war sehr nett alles. Ich fühlte mich da richtig wohl und dann bin ich aufgewacht und dann kriege ich eine Nachricht von der Helga, ruf mal den Udo an. Und in dem Moment fängt mein Herz an zu klopfen, bis hier oben hoch und ich bin total nervös geworden. Und dann habe ich gedacht, wieso ist das jetzt so, ne? Weil das im Traum, wir haben gerade noch, sag mal, gekuschelt, da war überhaupt nichts los, ne? Und jetzt bin ich in der Heiko-Rolle und reagiere ganz anders. Ist doch schon mal wieder Erkenntnis. Ja. Das Wesentliche, Heiko, ist sehr, es ist wirklich, der Satan ist das eigene Ego. Das ist ja Shaddai, diese logisch geöffnete Intellekt. Das ist ein reines Konstrukt für das Interpretationssystem. Und wir werden das erweitern, du weißt, du musst wiederholen bis zum Erbrechen. Und die einfachsten Sätze, das sind wirklich die wichtigsten. Das ist das einmal immer wieder, was hundertprozentig sicher ist, ist, dass wenn du was nicht denkst, ist es nicht. Und was du denkst, ist hier und jetzt deine Information. Und da werden wir genauer darauf eingehen und wir werden mal schauen, wie die Leute reagieren, wenn wir komplexer machen und dann werde ich dir Wunder zeigen. Das ist immer wieder so eine Sache. Es ist kein Akt des Intellekts, die Erkenntnis, was Bewusstsein ist, dass man selbst das Bewusstsein ist. Dass ich immer sage, der Geist, der mir jetzt tue, du bist der Einzige, der immer ist. Niemals irgendein Gedanke von dir. Ob du an Heiko oder an den Udo denkst oder egal an wen, das sind einfach nur vergängliche Erscheinungen. Und du musst praktisch ein Gefühl für etwas kriegen, was du in keinster Weise wahrnehmen kannst. Nämlich ein Gefühl für den, der das erlebt. Und sobald wir uns jetzt einmal jemanden ausdenken, der irgendwas erlebt ist, der auch schon wieder was ausgedacht ist. Das haben wir so oft durchgekaut. Und wenn du das wirklich nicht nur begriffen, sondern verstanden hast, hast du von nichts und niemandem mehr Probleme und auch keine Angst mehr. Das ist es durchschauend der Rolle. Und was hinderlich ist, ist immer wieder diese materialistische Logik. Du musst dich komplett davon lösen. Was du nicht denkst, ist nicht. Und wenn du Fernseher schaust, jetzt das Pixelmännchen, du musst dir bewusst machen, was ist jetzt real. Und das ist kein Mensch, was du siehst. Das ist ein Monitor. Und du wirst merken, wie hartnäckig in dem Alltagsbewusstsein, wenn du fernschaust, nicht nur du ständig Menschen siehst, sondern jetzt sage ich immer wieder, schau in dich rein, was deine Logik auf einer tieferen Ebene fest verankert dir suggeriert. Und da gibt es verschiedene Schichten. Das ist, wenn ich immer sage, jetzt schau zur Tür, schau die Türklinke an. Ich sage, wo war die die ganze Zeit? Jetzt denk an deine Zehen an den Füßen. Wo waren die die ganze Zeit? Und jetzt schau in das Programm Heigo rein, ob das Heigo-Programm noch in der tieferen Ebene, in dem Glauben hängt, dass das Zeug auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst. Und jetzt kommt das Jein. Pass auf, wenn du dir ein Video anschaust, muss dir eins klar sein. Existiert die DVD, wenn du dir ein Video anschaust? Da wird jetzt die normale Logik sagen, selbstverständlich. Okay? Und jetzt kann ich nicht sagen, dass sie nicht existiert, sondern zuerst einmal musst du wissen, was das Wort Existenz heißt. Existenz heißt, existere heißt, heraustreten aus. Das heißt, die DVD existiert auf dieser existierenden Ebene. Nur wenn du an die DVD denkst oder wenn du die anschaust. Was du nicht denkst, ist nicht. Aber das muss ja da sein, sonst könnte der Film nicht laufen. Okay? Und jetzt musst du wissen, dass dasselbe passiert, wenn du ein Buch liest. Das haben wir so oft durchgekauft. Pass auf, Heigo. Selbstverständlich ist immer alles da, aber in der Form des Kontinums auf einer tieferen Ebene. Das heißt, wenn du ein Videospiel spielst, sind ja alle Möglichkeiten, die auf dem Bildschirm auftauchen können, prinzipiell gleichzeitig auf der DVD. Diese DVD, das Konstruktprogramm, wie ich das nenne, das muss ja da sein, sonst können ja keine Bilder entstehen. Aber diese DVD existiert nicht, wenn du nicht an die DVD denkst. Was nicht heißt, dass die deswegen nicht da ist. Jetzt einmal die Frage, war jetzt das Haus da, in dem du dich jetzt befindest als Heigo? Während du mir zugehört hast. Nein, es war ein nicht gedachter Gedanke. Ja. Und du musst einfach begreifen, dass eine Form von Sein, rot geschrieben, nicht denkbar, wie das Wetter zum Beispiel. Es kann ja, wenn Sonnenschein und Regen ist, was du siehst, ist ja das Wetter trotzdem da, obwohl Wetter ja was ist, was du gar nicht denken kannst. Das ist nur ungewohnt, wenn dir das irgendwann einmal klar ist. Das ist, wo ich zur Zeit immer wieder sage, das Wetterbeispiel, mein Lieblingsbeispiel zur Zeit ist mit dem Zimmer. Du hast zum Beispiel noch niemals hier, wenn ich jetzt dein Zimmer hier dein Wohnzimmer nenne, du hast noch niemals dein Wohnzimmer gesehen. Da wird eine materialistische Logik bei jedem Materialisten, der wird sagen, so ein Blödsinn. Also ich zeige es mir. Das heißt, zeige es mir, ich will sehen. Und jetzt denkst du dir, das, was wir anschauen, ist ein Bild. Du hast noch nie deine Küche gesehen. Wenn du mir die jetzt zeigst, na so, nee, das ist ein Herd, das ist ein Waschbecken, das ist ein Kühlschrank. Die Bilder, die du siehst, sind nicht deine Küche. Aber all diese Bilder, deine Küche besteht aus unheimlich vielen Bildern. Und jedes dieser Bilder ist nicht deine Küche, sondern eine Facette von der Küche. Du kannst wissen, was die Küche ist, aber du kannst sie nicht sehen, als Ganzes. Das beginnt schon bei der Tasse. Aber jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Du kennst deine Küche nicht, du kannst deine Küche nicht sehen, du kannst dein Wohnzimmer nicht sehen, du kannst dein Bordezimmer nicht sehen. Du kannst wissen, was diese Zimmer sind, aber all diese Zimmer sind deine Wohnung. Deine Wohnung kannst du gleich zweimal nicht sehen. Das heißt, wir haben eine Kollektion in einer Wohnung und aus dieser Wohnung selektieren wir ein Zimmer raus. Okay, und jetzt selektieren wir aus dem Zimmer irgendeinen Blickwinkel, einen Gegenstand raus. Und jetzt erst kommst du in den Bereich, wo was sichtbar, wo was zu existieren anfängt. In Form von sichtbar heraustreten. Und jetzt ist es genauso, wenn du zum Beispiel sagst, du stehst am Meer und du schaust für eine Sekunde auf die Wellen. Dann siehst du praktisch die Wellen und vielleicht noch ein Gischt, also gewisse Wellen siehst du und Oberwellenfacetten. Was du nicht siehst, ist die Grundwelle, das ist Ebbe und Flut. Wenn du dir das jetzt denkst, das Ebbe und Flut ist praktisch eine Welle, die hat genau einen Tag dauert die. An einem halben Tag ist Flut, an einem halben Tag ist FM. Wir machen mal so ein Sinus, okay? Wenn du jetzt ein Zeitfenster von einem Tag aufspannst, kannst du dir die eine Hälfte als Flut und die andere Hälfte als Ebbe denken. Wenn du jetzt bei dieser Sinuskurve, die einen Tag lang ist, wenn du jetzt da diese 10 Sekunden rausschneidest auf einem Oszilloskop, ist das nur eine Grundlinie. Das heißt, wenn du die Wellen siehst, wird dir das gar nicht, du kannst jetzt wissen, was Ebbe und Flut ist, aber als Welle kannst du das gar nicht wahrnehmen, das bleibt für dich ein gewisser Nullbegel. Du siehst halt dann am Rand, am Strand, vielleicht in einem Hafenbecken, dass das Wasser einmal hier zwei Meter Höhe ist und dann zwei Meter Tiefe ist. Aber im Prinzip ist das ein gewinnsicher Ausschnitt von dieser Welle, der zur Nulllinie wird, wo die Wellen drauf sitzen, die du siehst in dem Ausschnitt von 15 Sekunden. Das ist das, was existieren. Existere heißt immer heraustreten aus, das was sichtbar dargestellt wird. Und da kommst du in einen Bereich, das ist durchaus, wenn ich immer sage, Geist oder Gott, Geh kann es nicht geben. Geh ist eben. Aber es kann gewusst werden, was es ist. Und wenn was zu existieren anfängt, immer wenn was auftaucht, senkt sich was ab und das ist jetzt. Und jetzt machst du schon wieder dein Zeitfenster, wie ich sage. Schau mal, ich habe ein schönes Beispiel für dich. Wenn du ein Buch hast, Heiko. Das Buch, ich mache mal, das ist das Buch. Da weißt du jetzt, da sind alle Worte, alle Seiten gleichzeitig. Jetzt ist es natürlich, dass du das Buch siehst, brauchst du einen Hintergrund. Das heißt, da sind zwei Seiten da. Einmal eine Seite in einem Buch und die andere Seite in einem Nicht-Buch. Das ist der Hintergrund. Du denkst an den Hintergrund nicht, weil du fokussierst dich ja jetzt bloß auf das Buch. Das heißt, du siehst eigentlich von den zwei Seiten, die da sind, bloß eine Seite. Ich könnte jetzt sagen, weiß geschriebener Name auf einem weißen, das weiß geschriebene Wort Buch auf einem weißen Blatt Papier siehst du nicht. Dazu machen wir das Wort Buch schwarz. Und wenn du das Wort Buch anschaust, dieses Wort, denkst du nicht an den weißen Hintergrund. Den kannst du dir aber bewusst machen. Dann siehst du beide Seiten. Aber wenn wir jetzt schwarz und weiß denken, ist das, was wir jetzt rausdenken, ja schon wieder auf einen Hintergrund aufbauen. Jetzt pass auf, jetzt wollen wir das Buch nehmen. Passiert was ganz was Verrücktes. Wenn du da reinschauen willst, musst du das aufklappen. Du musst aus dem einen Buch zwei Seiten machen. Deswegen hast du aber noch keine Detailinformation von dem Buch. Wenn du jetzt zum Lesen anfängst, machen wir mal ganz normal, du fängst auf der linken Seite zum Lesen an, okay, dann ist dir natürlich klar, jetzt siehst du zumindest die Haufen Zeilen. Jetzt musst du natürlich noch eine Zeile rausselektieren und von der Zeile noch ein Wort rausselektieren und von dem Wort noch eine, denk an mein Beispiel mit Krebs, noch einen gewissen Sinn dem Wort zusprechen und jetzt kommst du erst in den Bereich, wo das Wort eine Vorstellung in dir macht. Ja. Das ist jetzt, dasselbe haben wir gerade gemacht mit dem Haus, mit der Küche, mit dem Kühlschrank. Aber jetzt pass auf, was interessant ist, wenn du dir Gedanken drüber machst, wenn du anfängst auf der linken Seite zu lesen und du machst jetzt Gedanken, in dem Moment denkst du nur mal an die rechte Seite, aber du kannst dir die jetzt prinzipiell denken, dann hast du ja die Seite, die du anschaust und die andere, die jetzt praktisch hier im Hintergrund ist, okay, die du dir ja im selben Moment denkst, wo du die linke Seite anschaust. Und jetzt, wenn du in dein Heiko-Programm reinschaust, sagt in dir dem Heiko-Programm, ich drück's einmal so aus, die Seite ist jetzt und die kommt erst noch. Die muss ich ja erst noch lesen. Obwohl sie doch da ist. Wenn du auf der rechten Seite bist und du denkst an die linke Seite, obwohl du doch im selben Moment, wo du die rechte Seite anschaust, die linke Seite dir denkst, ist was in dir drin, dass du sagst, jetzt bin ich auf der rechten Seite, die linke Seite war. Die hab ich schon gelesen. Ja. Das heißt, es entsteht schon eine komische Zerrissenheit, dass du ein Zeitfenster schon aufschwannst, obwohl das immer gleichzeitig ist. Denk an mein schönes Beispiel, ist jetzt schön still. Ja. Du musst im selben, da ist irgendwas in dir drin, das sagt, obwohl du den Lärm jetzt denken musst, um die Stille dir bewusst zu machen, sagst du, es war vorher Lärm, sonst wär's ja jetzt nicht still. Aber dieses vorher denkst du jetzt. Ja. Es gibt nur jetzt. Das ist eine ganz geschickte Sache in dem Programm, um eine raumzeitliche Illusion zu erzeugen. Weißt du, wie oft ich sag, Holofilling ist ein vollkommen neues Betriebssystem mit vollkommen neuen Möglichkeiten. Und das, was du zuerst einmal abführen, du musst die Fehlerhaftigkeit dieses raumzeitlichen Denkens, was aber nichts verkehrt läuft. Ich sag immer wieder, das eigene Erleben, das Leben des Heigottes du jetzt erlebst, das mag jetzt in deinem bei eigener Definition nichts Besonderes sein. Aber es ist was ganz, ganz Besonderes. Das Heiko-Leben unterscheidet sich von der großen Masse der Brösel, die du dir jetzt ausdenkst, die ja nur deine Gedanken sind, schon darin, dass ich jetzt in dir auftauche, um dir zu erzählen, was du eigentlich bist. Und das hat die Masse nicht. Das sind nur Statisten. Es ist immer wieder das, du bist ein Auserwählter. Und du kannst dir hundertprozentig sicher sein, den, den ich jetzt anspreche, um den es mir geht, du bist der Einzige, der immer ist. Und um immer zu sein, musst du praktisch dich wiedererinnern an etwas, was du nicht denken kannst, weil alles, was du denkst, ist eine Gedankenwelle. Und Gedankenwelle überleben nicht. Also mach dir keine Gedanken. Es ist die Basis, dass der Heiko überleben würde. Der kann nicht überleben. Und das ist jetzt nicht, dass ich dir Angst mache, sondern wenn du das verstanden hast, macht es dich frei. Aber dieses Erinnern, das kann ich mir doch auch nicht raussuchen. Du kannst dir gar nichts raussuchen. Ja, eben. Dann momentan in Ebene, ich mache jetzt so Schock, du bist praktisch hier angeschlossen an einem Computer, du träumst. Jetzt immer dran denken, du bist, du musst, du Geist, der du mir jetzt tust, du setzt dich zuerst einmal als träumenden Geist. Und jetzt nochmal, Heiko, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, egal an was du jetzt denkst, das ist schon eine Gedankenwelle, die in dir auftaucht. Egal was du denkst, du bist der, der es sich anschaut. Was jetzt wichtig ist, in dem Moment, wo du an etwas anders denkst, bist du immer nur derselbe Geist, der seine Informationen anschaut. Und jetzt kommt der Doppelschritt, Heiko. Der, der seine Informationen anschaut, ist jetzt in dem Moment schon wieder was Ausgedachtes von dir. Bloß, jetzt löst sich deine Vorstellung von dir selbst schon, von dem Bild, Heiko, verstehst du, dass der anschaut, der glaubt, der ist der Heiko, der denkt in dem Moment an Heiko. Okay? Ja. Aber ich erkläre dem, der seine Informationen anschaut, das kannst du nicht sein, weil wenn du an was anderes denkst, eine andere Information anschaust, bist du ja immer noch derselbe, der seine Informationen anschaut. Und jetzt sage ich zu dir, du bist ja nicht der, der seine Informationen anschaut, sondern du bist der, der sich den ausdenkt, der seine Informationen anschaut. Das heißt, wenn du an dich denkst, denkst du jetzt nicht mehr an den Heiko, sondern an einen Geist, der seine Informationen anschaut. Wenn du jetzt aber sagst, das bin ich, denkst du ja schon wieder was, wo du glaubst, du bist das. Egal an was du denkst, das bist nicht du, aber mit dem kleinen Trick begreifst du, dass du immer eins davor stehst. Und wenn wir uns jetzt einen denken, der sich an Geist denkt, der seine Informationen anschaut, ist der ja auch schon wieder was ausgedacht ist. Du bist immer eins drüber, das ist ein Faktum. Genau genommen musst du jetzt da gespiegelt denken, weil ein Faktum ist eine überprüfbare Tatsache. Das kannst du nicht überprüfen, das kannst du bloß wissen, wenn du ein Geist bist. Das ist Bewusstsein. Und solange du noch irgendeine Identifikation mit einem Gedanken von dir hast, wirst du dich selber nahmen. Das ist das, was ist. Das müssen wir trocken auf dem Nicht erklären. Du wirst doch nicht glauben, dass ich all das, was ich jetzt mache, was du erlebst, was du magst, mit deinen Internetzeiten und so weiter, dass das für irgendjemanden ist, den du dir ausdenkst. Es ist bloß für dich, Kleiner. Für den, der mir jetzt zuhört. Und der ist unpersönlich. Und der ist extrem vielfältig. Dass immer, wo viele Probleme haben, wenn ich sage Geistesfunk, denk an unseren Splitscreen. Ja. Einen Fegenstall, muss ich gar nicht drauf eingehen. Und meine neue Metapher ist immer wieder, wenn wir anfangen, ansetzen an den ersten Fegenstall-Vortrag, dass ich jetzt sage, ich nehme einen Zettel Papier, wo Worte drauf sind. Egal, ob das ein Zeitungsausschnitt ist oder ein Märchen, spielt keine Rolle. Wir machen wieder unsere Brösel und all diese Brösel halte ich jetzt ins Gesichtsfeld, real dieses Schriftstück. Okay? Ja. Was jetzt passiert, dass alle Brösel, das heißt auf dem Splitscreen, auf jedem, auf jeder, in jedem Gesichtsfeld taucht dasselbe Zettel mit denselben Worten auf. Und jetzt werden diese Worte, je nach Intellekt, erzeugt es in den speziellen, einzelnen Köpfen praktisch wieder auf unserem Splitscreen ganz spezielle Vorstellungen. Ja. Weil jeder, prinzipiell einmal, wenn wir jetzt ausgehen, die benutzen die Worte alle gleich und alle relativ dieselben Vorstellungen. Okay? Das ist ja, weil die, die mir uns jetzt ausdenken, man sagt, das denken, was wir denken, dass sie denken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, denke mal an Albert Einstein, wenn alle anderen Füßinger denken. Weil die ja das Programm haben. Wir denken das, dass die dieses Programm haben. Würde einer was anders behaupten, wenn du unbewusst bist, sagst sofort wieder, das ist ein Spinner, der hat bloß, den hat man bloß was anders erzählt. Das macht keinen Sinn, sich darüber aufzulegen. Du solltest dich eigentlich, wenn jedes Mal, wenn einer irgendwas äußert, was deiner Logik zu widerspricht, solltest du dich freuen, weil du eine neue Facette, wo du mit deiner Logik nicht aufschmeißen kannst, eine Logik mit einer Logik konfrontiert, was dir eine andere Perspektive in Erscheinung bringt. Okay? Worauf ich jetzt aber hinaus will, dass ich immer, das ist das Beispiel, das wirst du noch etliche Male hören, dass wenn wir jetzt da den Zettel haben, macht jeder mit seiner Interpretation Vorstellungen in seinem Kopf. Okay? Wie er die Worte auslegt. Und jetzt mit Holofeeling passiert was Eigenartiges, dass du durch das andere, mit der Vatersprache, durch das umformende Worte, aus den selben Worten, komplett andere Informationen in deinem Kopf erzeugen kannst. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das geht jetzt erst einmal, du musst das Prinzip verstehen. Jetzt pass auf, jetzt geh mal in die Welt deiner Information. Du liest irgendwas und du hast Informationen in der Aussetzung deines Programms. Gut? Ja. Was ich zur Zeit immer wieder bringe, das Beispiel angenommen, ich sage jetzt, mir denkt an das Kreuzfahrtschiff AIDA, das steht jetzt da, die Worte, und jetzt machst du eine Vorstellung draus. Und jetzt erzähle ich, irgendwo steht was von der Arche Noah. Du wirst aus den Worten Arche Noah wie Kreuzfahrtschiff AIDA in beiden Fällen eine Vorstellung kriegen von deinem Schiff. Ja. Und jetzt musst du in dich reinschauen, mit deinem jetzigen Programm gehst du davon aus, dass das Kreuzfahrtschiff AIDA da außen noch rumfährt. Ja. Okay. Und bei der Arche Noah ist es schon sehr interessant, da ist jetzt dein Glaube, obwohl du das jetzt genauso denkst wie die AIDA, die Arche Noah. Ist jetzt erst einmal ein Glaube in dir drin, wie bei Märchenfiguren, das gibt es ja da außen nicht mehr. Ob es das in der Vergangenheit gegeben hat, hängt davon ab, ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist. Das sind lauter Definitionen. Du kannst jetzt an Schneewittchen denken und du kannst an die Helga denken. Ich könnte jetzt sagen, du kannst an die Märchenfigur Schneewittchen denken und an die reale Helga denken. Der Witz ist bloß das, dass die jetzt gedachte Helga genauso ein feinstofflicher Gedanke ist wie die Märchenfigur, bloß dass du hier schon mit deiner Logik definierst, dass die Helga, die du dir jetzt denkst, real ist wie der Schneewittchen, obwohl beide jetzt nur Gedanken sind. Das sind Worte. Stimmt oder stimmt? Ja. Und alles, was dein Glaube, der Heiko-Glaube, wo der Glaube jetzt bei dem Gedanken Helga sagt, die gibt es da außen noch. Mein Seehofer-Beispiel. Das, was du jetzt denkst und was du glaubst, kannst du auch realisieren. In dem Moment, wo du was denkst, das ist ein ganz einfaches Spiel, das kannst du auch materialisieren. Das hast du in deinem Gesichtsfeld in Erscheinung bringen. Mein Seehofer-Beispiel. Du musst nur Energie reinlegen, wie in ein Videospiel. Denk bei GDA, wir sind jetzt in unserer Wohnung, wir wissen, da in irgendeinem Stadtteil ist ein Nachtclub. Ja. Der ist nicht irgendwo anders. Dann müssen wir hier mit ständiger Umformung unserer Gnete, bis wir im Gesichtsfeld den Nachtclub haben. Das funktioniert aber nur, oder du wirst es nur dann machen, wenn du glaubst, dass du das auch erreichen kannst. Wenn deine Logik von vornherein schon sagt, das Schneewittchen gibt es ja gar nicht, dann merkst du dir, hast du gar keine Mühe, das zu materialisieren. Das ist übrigens auch interessant mit einem Jesus, der angeblich vor 2000 Jahren gelebt hat. Da wirst du feststellen, jeder Christ glaubt, dass der wieder auferstanden ist, aber das war natürlich vor 2000 Jahren. Heutzutage kann das ja nicht mehr passieren. Damit haben sie schon Arschlochkate. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und wichtig, da geht es jetzt nicht um den Christus, den du dir ausdeckst, selbst wenn du jetzt den materialisieren kannst, bist du trotzdem mehr wie dieser ausgedachte Christus. Du bist mehr, weil du immer bist. Der ein ausgedachter Christus ist bloß ein Geschöpf von dir. Ja. Du musst meine Worte verstehen, Heiko. Und du wirst irgendwann nochmal merken, es ist die präzise Beschreibung, wie du Geist funktionierst. Wenn ich zum Beispiel sage, wahrlich, ich sage dir, ich, ehe Abraham war, und Jesus war, war ich. Dann hast du begriffen, was ich ist. Ich ist der Geist, der sich an Abraham und an Jesus ausdenkt. Du kannst dann sogar, ehe es einen Gott gibt, gibt es mich. Weil Gott, der jetzt zu existieren, als Gedanke zu existieren anfängt, egal was ich mir für ein Bild mache, darum beginnt das Spiel, ja mach dir kein Bild von Gott. Was nicht heißt, dass es Gott nicht gibt, Gott kann es nicht geben. Ja. Verstehst du? Und wenn er in Erscheinung tritt, bloß immer so. Ja. Immer in der Vollkommenheit. Und wenn man das tausende Male wiederholt, irgendwann wird dir das vollkommen klar und du sagst dann, das ist der Wahnsinn, der hat ja vor 20 Jahren schon dasselbe erzählt. Stimmt oder stimmt? Ja. Und umso mehr das zu einer Gewissheit wird. Und das Schöne ist, du musst eigentlich nur noch das glauben, was auch wirklich jetzt ist, was du überprüfen kannst. ich sag jetzt, pass auf, etwas, was nicht ist, dem kann es auch nicht gut oder schlecht gehen. Das heißt, wenn wir nicht an Flüchtlinge denken, stellt sich die Frage nicht, wie es denen geht, weil um zu fragen, wie es irgendjemandem geht, musst du ja denen, nachdem du fragst, wie es denn geht, dir den zuerst ausdenken. Ja. Er muss ja in Erscheinung drehen, du brauchst dir ja vorstellen, du musst ihn praktisch vor dich hinstellen, aufblasen und die Frage, wie es denn jetzt geht, ja so wie du in dir ausdenkst. Du kannst dir natürlich jetzt welche denken und kannst sagen, ich weiß ja nicht, wie es denen geht. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Du wirst irgendwann einmal lernen, dass alles, prinzipiell alles, was du denkst, immer nur dann ist, wenn du es denkst und es ist genauso, wie du es denkst. Und wenn du dich jetzt als zu diesem Denker magst, der letztendlich über alles die Macht hat, wirst du feststellen, wenn einer die Macht hat, hat er auch keine Macht. Immer die zwei Seiten gleichzeitig, weil das ist ja unser träumender Geist. Was für eine Macht hat ein träumender Geist? Der kann sich so nicht raussuchen. Jetzt durch das, dass du als träumender Geist, du denkst dich bewusst als träumender Geist, okay? Ja. Dann wird dir ja klar, dass alles, was du dir ausdenkst, ist immer nur, wenn du es denkst und es muss so sein, wie du dir es denkst. Also kann man alles, was wir uns ausdenken, einmal beiseite schieben, das ist sekundär. Wir fokussieren uns jetzt auf den, der sich das ausdenkt und der praktisch die Dinge so denkt, wie sie sind, weil er sie so denkt. Und jetzt kannst du dir die Frage machen, warum ist das bei dem so? Und jetzt weißt du, da ist im Hintergrund bei unserem träumenden Geist der Intellekt, bei unserem Pinsel, Einfallspinsel, der Maler, okay? Diesem Intellekt, den du zum Denken benutzt, dein Programm, das macht letztendlich die Bilder. Und das kannst du deshalb machen, weil du jetzt eins drüber bist, weil du dich selber als diesen träumenden Geist setzt. Die erste Erkenntnis ist, ich nehme alle Schuld auf mich in Bezug auf diesen symbolischen träumenden Geist, den wir jetzt symbolisch für dich geistsetzen, okay? die Erkenntnis, ich nehme alle Schuld auf mich, die Sachen, die ich mir ausdenke, die sind so, wie ich sie mir ausdenke. Das heißt, egal, was ausgedacht wird, es funktioniert so, wie ich es denke. Sobald ich mich jetzt aber als träumenden Geist setze, bin ich ja nochmal eine Stufe und Doppelschritt nenne ich das drüber, dann gilt es auch für den träumenden Geist, weil ich ja jetzt erkenne, der kann sich ja nicht raussuchen, was er denkt. Verstehst du das? Ja. Und in dem Bereich, das ist das, wo ich dich hinführe, in den überall schwebenden Bereich, der nicht mehr denkbar ist. Und wir müssen da nichts an dem, was du denkst, verändern, weil den Weg kann ein Gedanke von dir nicht gehen. Um die Schuld auf mich zu nehmen, muss ich ja aber wenigstens irgendwo wissen, dass ich das tatsächlich so entschieden habe. Da hast du das denn immer noch nicht begriffen. Du bist doch ich. Noch nicht ganz, oder? Irgendwie bist du noch nicht ganz ich. Das ist noch so eine Sache. Da ist noch kein Wissen. Ich weiß das noch nicht. Und ich sage immer wieder, du kannst dich von unten nach oben sehen, sondern bloß von oben nach unten, jetzt in dieser Metapher, und was ich ja immer wieder mache, dass wir uns bewusst eine Stufe Tiefe in der Denkfähigkeit setzen, wie du denken kannst. Denk an meinen Flächendenkel, Kreis und Reihig werden zum Kegel. Denk an meine Erdkugel, die mir anstrahlen. Okay, mit dem Scheinwerfer, mit der Sonne und dann ist hell und dunkel gleichzeitig. Das erkennst du nur, weil du eine Stufe höher bist. Das kannst du ja jetzt denken. Ja. Aber der, der sich das anschaut wiederum, der ist ja auch schon wieder was Ausgedachtes. Gibt es eine Möglichkeit. Immer wieder, du denkst dich, du Geist, der du etwas bist, das nicht in Erscheinung treten kann, du denkst dich jetzt bewusst als 200 Gramm rote Gnede, die ständig ihre Form verändert. Du denkst dich als der träumende Geist oder als Einfallspinsel. Das ist immer dieselbe Metapher, bloß mit in andere Geschichten gepackt. Und dann kriegst du zuerst einmal mit, dass alles, was von dir gedacht wird, so sein muss, wie du es denkst. Okay? Ein Pinsel malt ein Bild. Kann sich irgendwas, was jetzt gemalt wird, raussuchen, dass das der Pinsel malt? Diesbezüglich muss der Pinsel sagen, ich nehme ja die Schuld auf mich, das, was ich male, ist, weil ich es male. Das, was ich mir denke, ist, weil ich es denke. Stimmt oder stimmt? Okay, okay. Ich weiß worauf. Aber was jetzt wichtig ist, dass du nochmal einen Schritt höher bist, dieser Einfallspinsel, den wir uns ausdenken, der Schuld ist an dem, was gemalt wird, ist von uns aus gesehen auch ein Gedanke, also ist der auch frei zu sprechen. Aber erst von diesem Doppelschritt, dass du dich selber als träumenden Geist setzt, kannst du dir bewusst machen, dass du dir nicht raussuchen kannst, was du denkst. Ja. Nimm das Beispiel mit der Matrix. Ja. Wenn du an der Matrix angeschlossen bist, es ist übrigens, die Matrix ist ja sehr interessant, du wirst jetzt feststellen, das wird ja normalerweise übersetzt mit Gebärmutter. Naja? Ja. Interessant ist, ist dir noch nie auffallend, dass das ein Adam ist. Ja. Wieso ist das ein Adam, Heiko? Ich habe keine Ahnung. Weil wir auf der einen Seite die Mutter haben, das ist weiblich, und die Geber, Geber, Geber ist doch die männliche Potenz, der Gabriel, Gebärmutter. Aha. Geber, die Radix hast doch männliche Potenz. Da kommt der Erzengel Gabriel her, der die Mutter Maria geschwängert hat, habe ich doch so auf der Zeit. Kannst dich erinnern? Gib mal mal GbR rein. Geh mal Dreexplorer. Einfach nur GbR reingeben. Also 3-2-2-100. Ist das .com, ja? .de Gmatrix. Das Wolofilin Gmatrix Exploder. Ja. 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 Na gut, Google. Musst du das suchen, hast du das nicht abgespeichert? Ja, ich weiß, das ist nicht meins. Da. Soll ich das schicken? .net ist es. Ja, ich kann, ich kann dir ganz einfach hier dir das schicken auch. Ich hab's jetzt. So, was soll ich eingeben? GbR 3-2-200. Ehemann Hahn, ja? Das ist der Mann, da kommt das Wort Gabriel her. Jetzt schauen wir unten, was da steht, Badib, GbR. Mann begatter übermächtig vorherrschen und ausrichten. Männliche, symbolisiert die männliche Potenz. Das ist der in der Mythologie der Engel Gabriel, der verkündete Geburt Jesus, der Mutter Maria und so weiter, der schwängert das Ganze. Okay? Mhm. Was jetzt interessant ist, dass die Gebärmutter ist eigentlich männlich und weiblich, wenn du das so liest. Da hast du zum einen hast du den Geber, die Gebärmutter, das ist eigentlich der Befruchter und die Mutter Mut, M-U-D, eine gestaltgewordene aufgespannte Erscheinung. Mut ist ja schon tot. Tot heißt zu viel. Die Matrix ist so unendlich viel und das Gebär, der dir das Gebären auslöst. Das ist die männliche Potenz. Die männliche Potenz wiederum bestimmt, was in diese Matrix, in die Traumwelt hineingestreut wird. Jetzt haben wir praktisch, ich könnte jetzt sagen, das Geber, der Geist ist die Lampe im Projektor und die Mut, die Mutter, die Toten, lass die Toten ihre Toten bewegen. Mut heißt ja, M-U-T heißt ja Tod, heißt so viele, das sind die Schatten auf der Leinwand. Und jetzt brauchen wir noch einen dritten, einen Jutzen, das ist dein Intellekt. Den Intellekt, den der Geber zum Denken benutzt, das Programm macht die Bilder in der Mutter. Mut, Gestaltgewordene, aufgespannte Erscheinungen. Mut heißt Tod und Tod auf Lateinisch hast du so viel. Da haben wir übrigens T-O-T, schau mal her, Heiko, ich mach doch so oft das so. Wenn was auftaucht, wird demselben, wenn ich so so mach. In dem Moment, wo ich was nach oben tue, geht was nach unten. In dem Moment, wo ich was zu mir her ziehe, stoße ich etwas ab. Letztendlich hebt sich diese Bewegung in sich selber auf. Das ist wie wenn ich so jetzt immer simpel mache, einfach mache. Und jetzt das ist es O. Und dann mal Erscheinung, Erscheinung, verstanden? Tod. Auf Lateinisch heißt Tod so viel. So viele. Im Hebräischen ist Tod bloß M-T oder M-Waft-T. Das ist die Mut-Ter. Diese Gestalt gewordenen aufgespannten Erscheinungen sind die Erscheinungen, die erweckt werden. Und TR heißt die erscheinende Reihe. Du wirst zu einer Reihe, zu einer Spiegelwahrnehmung. Das sind die Schatten auf der Leinwand. Es ist Sprache, es ist wirklich im Prinzip sehr, sehr vereinfacht, was ich dir zur Zeit sage, ist diese Sprache, diese Märchengeschichten sind eigentlich arithmetische Programme. Ja. Das werde ich jetzt im Bleinfeld, werde ich, ich habe das schon eigentlich ein bisschen vorschauen lassen, muss dich überraschen lassen, da werden wir ein bisschen in die Atomenergie reingehen und werden uns einmal Alpha-Zerfall, Beta-Zerfall, Gamma-Strahlung, Radioaktivität, Kernfusion und Kernspaltung, diese Atomkraftwerke, gehen wir mal ganz, da habe ich jetzt schon irgendetwas hergesucht hier in Filmchen, sehr populär wissenschaftlich, aber was wir dann machen, diese Uranspaltung, wie dann hier die Radioaktivität und das ganze Zeug entsteht und da haut es dir den Vogel raus. Glaube es mir, dass ich diese Formel nehme aus den Physikbüchern und dann setzen wir einfach hebräische Zeichen ein und dich bläst es weg. Du wirst feststellen, das ist komplett, das geht schon los. Die Atomenergie selber ist nur möglich mit Uran. Das hast du schon mitgekriegt, ne? Jetzt, wenn ich das Uran etwas anders spreche, ausspreche, Uran, das ist übrigens das Element 92, ganz nebenbei 92 ist Zeb, das ist der Testudo. Das macht aber noch keine Energie, du brauchst ein Isotop, nämlich das Isotop 235. Das ist das Uran, das die in die Atomkraftvergierung und die Atombomben benutzen. Das ist Uran, ist das Element 92 in der Isotopform 235, das erkläre ich dann, was das hast du in jedem Chemiebuch oder Atomphysikbuch lernst du das? Das ist jetzt ganz interessant, 235, das auf hebräisch umgesetzt, das hast du einen Codeschreiber, der den göttlichen Code schreibt. Und den kannst du jetzt fusionieren, das Uran, oder du kannst es spalten. Das ist in beiden, in beiden Sachen, ist interessant, das Endprodukt, ob du eine Konfusion machst oder eine Konfaltung machst, wenn du das rein jetzt wissenschaftlich siehst, was da abläuft bei den Elementen. In beiden Fällen ist das Endprodukt Eisen. Was natürlich jetzt spaßig ist, weil Eisen ist das Element 26. Kommt ja bekannt vor, 620. Das hebräische Wort für Eisen übrigens schreibt sich B-Resh-Sain-L. Das ist Resh-Sain in der Mitte, heißt übrigens das göttliche Geheimnis, das heißt im göttlichen Geheimnis des Lichtes. Das göttliche Geheimnis des Lichtes, das ist Eisen, das ist das Element 26, das ist Yahweh. Ich setze dir die ganzen Formeln um und dir bleibt die Spucke im Hals stecken, glaube es mir. Aber das muss man nicht wissen, es ist ja unendlich viel Wissen, in dem ist es zur Zeit nur wichtig, dass du begreifst, wer du bist. Wer bist du? Ich habe jetzt eine Wahrnehmung. Du bist ich. Aber der Bommer hat schon gesagt. Der Monitor. Das sind alles ausgedachte Sachen. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, egal an was du jetzt denkst, das ist eine Information, die du anschaust. Ja. Das ist, man hört es, es ist irgendwie logisch. Okay? Das Problem ist, solange der Satan noch in dir drin ist, ist dieser logisch geöffnete Intellekt vom Heiko. Aber es passiert. Du wirst immer im Zweifel sein und immer, immer narren. Und wenn das zu einer Gewissheit geworden ist, dass du ganz einfach begreifst, der Geist, der jetzt, und das nenne ich jetzt Geistesfunk, es gibt nur einen Geist. Und wenn du Geistesfunk, ist nur dieser eine Geist, ich könnte jetzt sagen, der Geist ist eine Bibliothek, ein Bücherregal, machen wir es einfacher. Wir symbolisieren jetzt den Geist mit einem Bücherregal. Und sobald du vergisst, dass du ein Bücherregal bist und glaubst, du bist nur ein Buch, ein Intellekt, dann reduziert sich dein Geist zu einem Geistesfunk, obwohl es derselbe Geist ist. Ja. Es ist ungefähr so, wie wenn du jetzt als Heiko sagst, ich bin bloß der Heiko, der jetzt im Bürostuhl drin sitzt. Dann reduzierst du dich auf diesen Körper, obwohl du doch auch schon ein Kind warst und ein Jugendlicher. Diese ganzen anderen Körper bist doch auch du gewesen. Jetzt kommt schon wieder die Sache, die waren nie in der Vergangenheit, die können ja immer bloß jetzt sein. Was du anschaust, kann immer nur hier und jetzt sein. Das heißt, was du zu sehen bekommst, ist hier und jetzt deine Information. Denk an die Gnede. Die Schwierigkeit ist, dass du Sachen denkst und deine Gnede sagt, das was du hier und jetzt denkst, die Form, die du hier und jetzt anschaust, dass die irgendwo anders ist oder in der Vergangenheit war oder in der Zukunft erst kommt. Das ist im ersten Selbstgespräch erkläre ich den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Dass ich sage, prinzipiell ist alles, was du denkst, hier und jetzt deine Information in deinem rot geschriebenen Kopf, wohlgemerkt, der rot geschriebene, symbolische Kopf, dieser Kopf des träumenden Geistes, ist ein Symbol, das nicht gedacht werden kann. Da haben wir wieder dasselbe Prinzip. Also setzt mal symbolisch den Kopf an dem Heiko. Der ist aber schon wieder was Ausgedachtes. Okay, aus diesem roten Kopf herausgedachtes. Und jetzt ist es interessant, dass wenn du was realisieren willst, Materie ist ja hochkonzentrierte Energie. Wenn du was realisieren willst, optisch muss es sich in deinem Gesichtsfeld befinden. Das heißt, pass auf, ich erzeuge jetzt in dir mal ein Bild, ein feinstoffliches Bild. Ich sage jetzt einfach, hinter den Heiko, der du zu sein glaubst, ist ein Sinn-Akten-Ordner. Diese Akten-Ordner, die du jetzt denkst, die sind in deinem Kopf feinstofflich. Wenn du die materialisieren willst, müssen die in deinem Gesichtsfeld in Erscheinung drehen. Nur wenn sie im Gesichtsfeld sind, können sie materialisiert erscheinen, als das, was du real nennst. Und nochmal, Realität ist genauso eine Information, wie wenn du was feinstofflich denkst, nur, dass es dieses Phänomen der sinnlichen Wahrnehmung macht, was nichts zu tun hat, dass du irgendwie von außen irgendwas in deine Augen reinfliehst. Denk an die Cyberspace-Brille. Ja. Das heißt, wenn du was optisch realisieren willst, muss es sich in deinem Gesichtsfeld befinden. Und, es muss unmittelbar zeitlich jetzt sein. Du kannst jetzt dran denken, pass auf, du kannst jetzt denken, dass du als Heiko heute Abend in dein Schlafzimmer in dein Bett gehst. Ja. Das denkst du jetzt, und das ist hier, diese Gedanken. Da du aber das Bett hier woanders hin denkst. In dein Schlafzimmer. Okay. Ja. Und den Vorgang, dass du ins Schlafzimmer heute Abend ins Bett steigst, dir das nach heute Abend denkst, ist das jetzt feinstofflich. Ja. Wenn du es materialisieren willst, muss das Bett sich in deinem Gesichtsfeld befinden. Dieses reale Bett, das du siehst, das genauso eine Information ist, wie das jetzt gedachte Bett. Das jetzt, das Bett, das du dir jetzt in deinem Schlafzimmer denkst, ist nur deshalb nicht real, weil du dir jetzt denkst, das ist woanders. Ja. Wenn du das anschaust, weil du im Schlafzimmer stehst als Heiko, ist es auch hier in deinem Kopf. Aber weil es in deinem Gesichtsfeld ist, sagst du, das ist hier. Das heißt, materialisieren kannst du nur etwas optisch, wenn es hier in deinem Gesichtsfeld ist und alles, wo irgendwo anders von dir hingedacht wird, ist auch hier, aber nur feinstofflich. Ja. Weil es nicht mehr im Gesichtsfeld ist. Und dasselbe gilt für die Zeit. Wenn du was real erleben willst, musst du es jetzt machen und sobald du dir denselben Vorgang woanders hindenkst, du kannst dir jetzt in der Nasen bobeln. Du kannst auch denken, dass der Heiko heute Abend in der Nasen bobelt, aber dann ist das Nasenbobeln nicht mehr real, weil du dir es in die Zukunft denkst. Ja. Das beschreibe ich im ersten Selbstgespräch. Es ist auf einer Seite ganz perfekt beschrieben. Man muss die Sachen, die sind sehr, wenn du es einmal verstanden hast, wird es das Selbstverständlichste. Ich sage immer, wenn es anders wäre, wäre es verkehrt, Heiko. Aber das löst den ganzen Zwang, weil was du nicht denkst, ist nicht. Ja. Es ist überhaupt nicht. Am besten geht es den Heiko, wenn du nicht an den Heiko denkst. Wann denkst du an deinen Kopf? An den Kopf von den Heiko. Wenn du Kopfschmerzen hast, wenn dir die Frisur nicht passt, es ist, wann denkst du an dein Kreuz? Du wirst feststellen, immer wenn du an das Kreuz von dem Körper vom Heiko denkst, ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Und wie geht es dem Kreuz, wenn du nicht daran denkst? Wie geht es deinen Zähnen, wenn du nicht daran denkst? Das, was du nicht denkst, kann nicht irgendwie gehen. Und wenn du es denkst, ist es so, wie es von dir gedacht wird und immer daran denken, du bist ein träumender Geist, du hast noch keinen Einfluss drauf. Und wenn man mal das Vertrauen hat, dass jeder Moment, den ich dir erleben lasse, dir Geist, wohlgemerkt, erleben tut es nicht der Heiko. Du erlebst das. Ja. Dass jeder Moment, den ich in dir auftauchen lasse, dass es der Beste ist, den es überhaupt gibt, jeder Moment. Aber erst in dem Moment, wo du der Beobachter wirst, der das Seriointerpretations-Heiko, dieses Programm beobachtet, wie das Heiko-Programm darauf reagiert. Jetzt denken wir uns mal in der Vergangenheit, Fiegenstall, wie hat der Heiko mit der ganzen Scheiße am Anfang im Fiegenstall-Vortrag reagiert, wie du dann erst... Du sollst dieses Programm durchschauen. Deshalb ist es da. Ja. Du wirst doch nicht glauben, ich habe da noch gelägt, dass da irgendwas zufällig läuft. Du kannst dir jetzt denken, wenn der Udo will, dass das gut läuft, warum lässt der das dann zu? Weil ich nicht will, dass das gut läuft, weil jetzt schon wieder das viele Leute, die mir uns ausdenken, das mitkriegen. Ich kümmere mich nicht um Gedanken, ich kümmere mich um den, der sich's ausdenkt. Ja. Wir kriegen das schon noch auf die Reihe. Wir kriegen das schon noch auf die Reihe. Ich bin im Moment dabei, mich so ziemlich von allem zu befreien, was mir noch Kopfzerbrechen macht. Also es ist ja immer nur in mir drin, dass irgendwer... Versuch nie Probleme zu lösen, löst dich vom Problem und das ist wie sterben. Das ist das, was ich meine. Das ist wirklich, es ist der Mut und jetzt ganz wichtig, jetzt gebe ich dir einen Tipp, jetzt mische ich mich ein bisschen ein. Das habe ich aber auch schon zigfach gesagt. Du musst all das annehmen, was dich ankotzt, nehme dein Kreuz auf dich. Selbstverständlich darfst du Nein sagen zu irgendwas. Aber ich gebe dir den Tipp, wenn du Nein sagst, weil es dich ankotzt, mach es freiwillig, weil das wiederholt sich eh laufend. Du kannst in dem Moment Nein sagen, wo du die Sinnlosigkeit durchschaut hast. Verstehst du, was ich meine? Das sage ich immer wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir sitzen zusammen und ich biete dir einen Schnaps an. Und du sagst Nein, Danke, nicht weil du den Schnaps ablehnst oder weil du nicht einmal einen Schnaps trinkst, sondern weil der jetzt im Moment einfach nicht danach ist. So nach dem Motto, ich trinke gerne einmal ein Schnäppsel, aber jetzt ist mir nicht danach. Dann lehnst du ja den Schnaps nicht als Ding an sich ab, sondern du sagst einfach Nein, weil es dir jetzt im Moment nicht danach ist. Genau. Okay? Oder ich würde jetzt zum Beispiel eine Zigarre anbieten und du lehnst das ab, nicht weil du Zickern abbringst, wenn eine rauchen soll, sie rauchen, das ist dir wurscht, nicht weil du das Ding ablehnst, sondern weil du sagst, in meiner Logik, das gibt mir nichts. Es ist ein Unterschied, ob du einen Job kündigst, weil der Job dich ankotzt und du dir was Besseres erhoffst oder ob du irgendwann einmal sagst, da drehe ich mich jetzt wie ein Hamster im Laufrad, das bin ich nicht mehr. Ja. Mir fällt gerade was ein und bittest mir was zu essen an. und dann kriege ich sofort Angst, dass es irgendetwas zu essen gibt, was ich nicht mag und dann weiß ich nicht, wie ich in der Situation umgehe und dann lehne ich das deswegen ab, weil ich mir was hochrechne und davor Angst habe. Nicht, weil ich keinen Hunger hätte oder so. Richtig. Das ist so ein Beispiel aus dem Heiko-Leben. Wenn du jetzt ganz spontan, ganz spontan sagst, das ist jetzt hier, da ist man jetzt nicht danach, dann kannst du natürlich schauen, bei vielen Sachen, wenn das mache ich nicht oder das mache ich nicht, immer daran denken, Heiko, Erscheinungen, die in dir auftauchen, die sind einfach nur. Qualitäten, die du Geist empfindest, hat nichts mit Erscheinung zu tun. Ich habe jetzt in den letzten einigen Gesprächen, wo jetzt auch nicht aufgenommen wurden, wo ich ganz, ganz klar immer wieder sage, wir machen den Erdogan, ich sage immer Erdogan, die Leute sagen Erdogan. Wenn du das Wort anschaust, ist der G drin. Offensichtlich fällt ihm dem der Geist. Und die sprechen, das ist der G mit einem Punkt drüber, da fällt der Geist dazu gut. Was jetzt wichtig ist, wie sieht es in der Praxis aus? Pass auf, wir denken uns jetzt einmal zwei Menschen aus, so wie wir uns Menschen denken und denen sprechen wir eigenes Bewusstsein zu. In Gedanken. Und einer spricht jetzt zu den anderen, das ist das dann mal, der, der spricht, der stößt einfach nur Geräusche aus. Die Geräusche sind einfach, das ist es. Ich sage jetzt zum Beispiel zum Heiko, du bist ein blödes Arschloch und ein totaler Lügner. Wie kannst du so einen Idioten wie ein Udo nachrennen? Du hörst jetzt Worte, das sind einfach nur Geräusche. Wenn du dich jetzt beleidigt fühlst, dieses Gefillt, dieses Unwohlsein, das hat nichts mit den Worten zu tun, sondern mit der Interpretation und einer Reaktion auf die Worte. Das heißt, egal was jemand zu dir spricht, es sind einfach nur Worte. Wenn du dich jetzt schlecht fühlst, sind nicht diese Worte daran schuld, sondern deine zwanghafte, dein Mechanismus, deine zwanghafte Interpretation und Reaktion auf die Worte. Und dasselbe gilt jetzt, dass dir bewusst wird, dass alle Menschen, die beleidigt sind oder arrogante Rechthaber, die diskutieren, die streiten, dass das vollkommen geistlose Mechanismen sind. Wenn du einen Hauch von Geist hast, wird das in dir nicht mehr ablaufen. Den Udo kannst du alles rauf und runter hassen, das ist dann total wasch. Das ist, wenn du mal begriffen hast, wer du bist, hast du keine Angst mehr vor irgendeinem Gedanken vor dir. Ja. Es ist so. Und das rein die Theorie hast du ja in Ansätzen mittlerweile schon mitbekommen. Es gibt keinen Gedanken, den du dir denken könntest, der mächtiger ist, wie der, der sich die Gedanken ausdenkt. Weißt du, wie oft das in den Neuen Wahrungen drinsteht? Aber du musst da wirklich in einer anderen Welt auf einer anderen Ebene sein. Ja. Solange du das hörst und dich immer noch als Heiko siehst und du sagst, ich bin der Heiko, der nichts zu sagen hat, wirst du weiterhin ein träumender Geist bleiben, der nichts zu sagen hat, sondern der das vorgesetzt bekommt, was ich ihn träumen lasse. Bis du dich zu dem erhebst, der jetzt sagt, ich bin jetzt ein träumender Geist. Natürlich ist der träumende Geist jetzt symbolisch etwas, was ich jetzt ganz bewusst mir ausdenke, ich bin der, der sich den träumenden Geist ausdenkt. Abgesehen davon, was denkst du, wie sieht ein träumender Geist aus? Scheiß kannst du überhaupt nicht ausdenken. Ja. Drum soll ja, wir müssen zuerst einmal aus etwas nicht denkbar, was nicht in Erscheinung treten kann, etwas machen, was wir uns vorstellen. Symbolisch für uns selbst, meine 200 Gramm rote Gnete. Das ist ein träumender Geist. Ein träumender Geist, der kriegt keine Informationen von außen. Die Bilder kommen aus ihm selbst, so wie die Wellen aus dem Meer kommen, ohne dass sie das Meer verlassen können, aber die sind auch nicht direkt im Meer, weil, wie gesagt, 10 Meter unter der Wasseroberfläche gibt es keine Wellen. Das ist ein reines oberflächliches Phänomen, darum habe ich dann die Gnete entwickelt. Die 200 Gramm rote Gnete, die sich ständig umformt. Du bist dein ganzes Leben immer dasselbe, dasselbe rote Ich gewesen. Dasselbe Geistesfunk. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ganze Heiko-Leben, jede Situation hast du erlebt. Ja. Nicht der Heiko, den du dir ausdenkst. Wobei, da habe ich noch einen Einspruch. Ich wache morgens auf und ich habe ein Jetzt und ich habe eine Erinnerung. Die Erinnerung kann ich aber nicht überprüfen. Das heißt, ich glaube jetzt, dass ich mein ganzes Leben lang Heiko war, aber ich weiß es nicht. Es ist nicht nur Heiko, wenn du Holofeeling verstanden hast, du bist nichts, was man denken könnte und zu etwas, was nichts, was undenkbar ist, gehört etwas, was in Erscheinung tritt. Das ist immer dieses Prinzip. Ja. Zu allem, was in Erscheinung tritt, gehört etwas, was nicht denkbar ist. Ja. Okay. Und selbst, wenn man das jetzt so machen, musst du wissen, sobald ich jetzt die zwei aufspann, zu diesen zwei gehören zwei, die du nicht denken kannst, die im Hintergrund sind. Weil du immer, wenn du was denkst, ist das eine Seite und die zwei, die wir jetzt aufspannen, sind genau genommen vier. Wieso sind das vier? Jetzt schaust einfach den Einheitskreis los und dann wirst du feststellen, dass diese Welle aus vier Quadranten besteht. Und sobald du dir die vier denkst, sind acht da. Darum ist ja der Detraeder, wo ich immer sage, These, Antithese, Synthese ist unsere Ecke. Die rote vier schließt jetzt den ab. Jetzt haben wir den Detraeder. Sobald du dir einen Detraeder denkst, ist zwangsläufig ein zweiter Detraeder da. Die sind übrigens auf eine ganz andere eigenartige Art ineinander verwoben. Verstehst du? Das heißt, wenn du einen Detraeder denkst, dann blauen, muss automatisch ein roter Detraeder da sein. Ja. Sobald du dir die zwei denkst und die schmelzen mir jetzt ineinander, wird das zwangsläufig ein violetter Detraeder. Verstehst du das? Weil wir ja so rot und blau violett machen. Ja. Drum ist violett, ist deshalb die Christusfarbe. Das ist ein Adam. Meine Frage bezog sich darauf, was ist, also ich weiß jetzt wieder Zeit und gestern oder so, aber kann ich nicht gestern Reto gewesen sein und heute Heiko? Ich weiß das doch nicht. Nein, du bist jetzt Reto und du bist jetzt Udo, du bist Holofeeling, heißt das Gefühl, alles zu sein. Darum sage ich ja, dass jetzt Retos auftauchen, das sind Gedanken. Ob du jetzt an den Reto denkst, an den Udo denkst oder an den Heiko denkst, das sind einfach nur drei verschiedene Gedanken, die von dir gedacht werden. Dein Programm schreibt dir vor, dein momentanes Programm, dass du bloß der Heiko bist und die anderen Gedanken bist du nicht. Ja. Pass auf, du Geist bist immer. Jetzt tauchen Gedanken in dir auf. Der Gedanke an eine Welle, an den Redo, ein Gedanke an den Udo, ein Gedanke, eine Welle, eine Gedankenwelle Redo, eine Gedankenwelle, wer auch immer. Und du sagst jetzt gezielt, ich bin bloß die Gedankenwelle Heiko und die anderen Gedankenwellen bin ich nicht. Ja. Du bist der Geist, der sich alle ausdenkt. Und weil du dieses Programm hast, hast du das Gefühl, jetzt der Heiko zu sein. Ja. Dass ich immer sag mit Körper, wenn du jetzt, meinetwegen mit jemandem zusammen bist, ich hab immer ein paar Bärchen, ich hab das so oft erzählt, wir denken uns jetzt einfach mal ein Bärchen aus, wir sagen einfach mal die Donis oder die Fettings und da hat jetzt einer davon Zahnschmerzen. Wenn du der bist, der Zahnschmerzen hat, dann glaubst du, so wie du jetzt glaubst, du bist der Heiko. In dem Moment, durch diesen Glauben materialisiert sich dein Körper. Wenn du an den Körper denkst, natürlich nur. Ja. Und in dem Moment, wo du Zahnschmerzen hast, du musst wissen, der Zahn, den du dir ausdenkst, der hat keine Schmerzen. Und das Gehirn, das du dir ausdenkst, hat auch keine Schmerzen. Weil du glaubst, du bist dieser Körper. Realisierst du den Körper gefilztechnisch? Okay? Ja. Und im selben Moment realisiert wird auch immer dran denken, Realität ist nur empirisch wahrgenommen, sinnlich wahrgenommen. Realität ist nur sinnlich wahrgenommen. sobald du den Körper realisierst, dass der sinnlich wahrgenommen wird, werden auch die Schmerzen sinnlich wahrgenommen. In dem Moment, wo du dir an anderen Menschen denkst, der Zahnschmerzen hat, kannst du Empathie haben, aber komischerweise, weil deine Logik jetzt sagt, der ist wer anders. Okay? Bist du ja nicht dieser Körper, der ist ja nur in einem gewissen Maß wer anders. da ist diese Trennung des Beobachters da. Etwas, was man besitzt, Heiko, ist man nicht selbst. Der Besitzer von etwas ist was anders wie das, was besetzen wird. Okay? Ja. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich habe einen Zahn, ist der Zahn was anders wie du und die Schmerzen, die du in den Zahn reindenkst, das bist auch nicht du. Komischerweise, wenn du an einen anderen Körper denkst, leuchtet dir das ein. Bloß sobald du an den Heiko denkst, ist diese absolute Wahrnoch, du bist der Heiko und alle anderen bist du nicht. Und Hullo-Feeling lehrt dir, dass du alle bist, aber keiner davon. Weil du eigentlich auf einer anderen Ebene bist. Wenn du auf deinem Programm, auf deinem Heiko-Programm, werden dir unheimlich viele Trockenhosen auf dem aufgeschmissen. Das Interessante ist, dass von den ganzen Menschen, die du dir ausdenkst, sagst du, du bist der Heiko und die anderen bist du nicht. Aber du denkst dir doch alle Menschen aus. Ja. Das ist Vergessenheit, ne? Und durch diese Vergessenheit kannst du die Sachen realisieren. Ja. Was jetzt natürlich das Schöne ist, wenn du dann wieder auferstehst. Das heißt, wenn du mal ich bist. Ich zum Beispiel fühle mich jetzt vollkommen als Heiko, auch wenn ich jetzt nur Pixelmännchen bin, weil ich bin jetzt eigentlich in dir drin. Wahrlich, Heiko, Trus, ich sag dir jetzt, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Ja. Es ist top aktuell. Umso mehr dir meine Sätze oder wahrlich Ehe Abram war, war ich. Ich sag aber auch, ich bin du. Aber du willst noch nicht ich sein. Gut, ich werde mir das auch überlegen, ob ich so ein alter Sack sein will, aber was soll's, du bist jetzt trotzdem. Ist doch alles nur ein Spiel. Es ist ein Spiel, Heiko. Es ist wirklich nur ein Spiel. Aber du hast es vergessen, du nimmst es zu ernst. Siehst du, was du richtig in den Aufgaben versuchst. Es ist das Kind, das Kind mit dem Joystick in der Hand, der sich so in seiner Rolle verliert, dass es wirklich alles, was jetzt um ihn rum ist, vergisst, weil es komplett meint, es ist dieser Mensch in dem Cyberspace, der da irgendeine Aufgabe erfüllen muss. Ja. Das bist du. Und das Prinzip ist das Videospiel, bloß ist es von Gott erschaffen und darum ist es so scheiß echt. Das heißt, deine ausgedachte Welt ist mittlerweile schon mit der 3D-Brille, das wird immer fotorealistischer, aber das Grundprinzip bleibt sich gleich. Das, was ich vor dir vordere ist, jetzt bloß ein bisschen etwas mehr Fantasie und den Mut, das auch zu glauben. Ja, ich freue mich schon drauf, von Figur zu Figur zu springen. Also da einzusteigen, weißt du, wenn zum Beispiel mit den Zahnschmerzen, jetzt sind wir zwei Menschen, der eine hat Zahnschmerzen und ich bin gerade der andere, dann sage ich, lass mich mal sehen und dann steige ich einfach da ein. Das ist alles, alles möglich. Ja. Ich habe ja schon GTA. da gehe ich im Kleinfeld, weil ich da noch einiges drauf eingehen, weil du wirst dann nämlich feststellen, dass ich schon gesagt habe, alles, was du mit deinen Glauben verwirklichst, kannst du auch realisieren. Das heißt, wir können uns jetzt an Superman denken, der fliegen kann und Superkräfte hat. Ja. Das ist so, wie du dir jetzt Schneewittchen denken kannst und die Helga denken kannst, kannst du, weil du glaubst, dass es eine Helga gibt, kannst du eine Helge realisieren und du kannst dir jetzt zum Beispiel denken, es können ja welche übers Wasser laufen. Wenn du das glaubst, das ist jetzt nur feinstofflicher Gedanke, was du glaubst, der Glaube ist die Macht, kannst du das auch realisieren. Das kannst du, du kannst dann selber sogar an dich als Superman denken und wenn du glaubst, dass es geht, kannst du Superman werden. Wobei ich jetzt immer wieder darauf hinweise, es geht momentan in der Matrix, bist du in der Matrix, hast du keine Freiheit, dass du das Prinzip lernst. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst, solange du in der Matrix bist. Erst, wenn du den Führerscheinprüfung bestanden hast, wäre dann das, was du jetzt gelernt hast, kannst du dann ausprobieren. Das heißt, in der nächsten Welt, wenn du den Heiko durchschaut hast, kannst du, wenn du willst, dich reinkarnieren, also wieder Traumwelt aufbauen in dir, wo du den Superman magst mit all den Fähigkeiten, die du durch dein Glauben realisierst. Jetzt habe ich aber gesagt, denk an mein Pubertätsbeispiel, dass alles, was ein 5-, 6-Jähriger, der sagt, wenn ich einmal Geld verdiene, dann kauft man das und das, dass er nach der Pubertät mit Sicherheit sich das, was er vorher sagt, nicht mehr will. Und ich will jetzt da bloß von vornherein sagen, es ist ja alles schon passiert. Wenn du jetzt aus dem Traum aufwachst, den Heiko-Traum, weil du den durchschaut hast, bist du in der nächsthöheren Ebene. Und wir bleiben mal jetzt bei dem Beispiel mit dem Superman. Ich verspreche dir, auf der höheren Ebene könntest du Superman machen und zwar realisiert empfunden als Rolle. Aber das interessiert nicht mehr. Das würde dich nicht mehr interessieren und ich würde auch sagen, wieso? Meinst du, dass du noch Lust hast, einen Superman zu spielen, wenn du Gott sein kannst? Ja, cool. Naja, wie auch immer, ist alles schon passiert. Hab einfach in deinem Vertrauen und lass das einfach fließen. Spiel deine Rolle als Heiko mit all den Stolpersteinen, wo der Heiko noch drüber stolpert. Und immer, was wichtig ist, jeder Moment, der dir widerfährt als Heiko, die Momente sind sekundär, wo du den Fokus drauflegen musst, auf das Programm. Du musst was anderes werden wie das Heiko-Programm, sondern du musst der Geist werden, der den Heiko mit seinem Programm und seinen Reaktionsmechanismen beobachtet. Der Sinn deines Daseins ist, diesen Charakter zu durchschauen. Ja. Es ist überall ein Kärnchen Wahrheit. Diese esoterische Geschichte, dass ein Engel, der wieder inkarniert, sich vor seiner Inkarnation raussucht, welche Rolle er spielt. Jetzt denk an mein Tom Hanks-Beispiel. Wenn jetzt du den Tom Hanks, wenn ich jetzt sag, ich spiel einen Schauspieler in meinem Traum, dann ist interessant, jetzt in dieser doppelten Ebene drunter, dass der Schauspieler, wir sagen mal, du bist jetzt in deinem Traum Tom Hanks. Und er spielt die Rolle eines Schauspielers und er spielt jetzt den Aids-Kranken in Philadelphia. Da hat er ja seinen ersten Oscar dafür gekriegt, glaube ich, für die Rolle. Okay? Da musst du wissen, er spielt einen sterbenskranken, leidenden Menschen, der zusätzlich noch gemopfert passiv. Und das spielt er so gut, dass er einen Oscar kriegt, aber geh mal davon aus, dass jetzt die höhere Ebene, der Tom Hanks selber, während er diese Rolle spielt, keine einzige Sekunde vergisst, dass er selber gar nicht Aids-Krank ist, sondern dass er bloß die Rolle spielt. Dass er ja der gar nicht ist. Also der, der die Rolle spielt, hat kein Problem mit der Rolle im Gegenteil. Er steigert sich sogar voll rein, dass er das möglichst gut spielt. Du magst zur Zeit nichts anderes. Es ist bloß ein kleiner Unterschied. Du meine ich jetzt den Geist, der mir zuhört. Du spielst zur Zeit die Rolle vom Heiko, bloß das Problem, du hast es vergessen, wer du bist. Du hast dich so reingesteigt. Du hast dich so reingesteigert. Ja. Da versuche ich jetzt ein bisschen, ein bisschen wieder, wieder Erinnerung zu kriegen. Du sollst ja deine Heiko-Rolle weiter gut spielen. Aber mit Bewusstsein. Ja. Wir kriegen Geschächen kleiner. Mach dir keine Gedanken. Spiel mir das mal ein. Alles klar? Ja. Wir haben das soweit. Wir kriegen das schon hin. Danke dir. Dito. Ciao. Ciao. Vielen Dank.